Cupcake-Cousinen, die wollen Spaß. Viele Gags und leckere Snacks im Sonnenschein. Deshalb wird alle Streus sehr lecker sein. Die Cousinenzeit. Wir machen einen Cousinen-Spieltag-Snack. Wie wäre es mit Obst? Wir könnten kleine Obstspieße machen. Wow, das sieht schnurtastisch aus. Hey, seht euch das an. Ein Bananen-Auto? Ich will auch eins machen. Wartet auf mich. Tada! Tada! Hey Cousinen, die Früchte sind doch zum Essen da und nicht zum Rumfahren. Ist doch okay, Kuri. Aber sie machen nicht die Sachen, die ich geplant habe. Ich weiß. Lass uns tief einatmen. Atmet mit uns. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Besser? Ein bisschen. Tut, tut, tut. Diese Obst-Autos sehen wirklich ziemlich cool aus. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Brumm, brumm. Wer möchte mir helfen, eine Nudelrennstrecke aufzubauen? Ich, 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 bitte. Okay, lass das Obst-Auto-Rennen beginnen. Auf die Plätze. Fertig. Los, los, los. Und sie raten los. Tut, der Komme ist. Wir sind rageschnell. Diese Bananen-Autos wirbeln geradezu durch die Kurven. Hier kommt Zuckertorti. Und da rast sie weiter. Und da kommt unsere Rennfahrer. Bucky, Flocki, Mazzipani und Zuckertorti. Yeah, toll gemacht, Mädels. Das war ein wirklich knappes Rennen. Und für alle Rennfahrer gibt es jetzt Obst-Spieße. Danke, Cousin Kuchy. Das ist super lecker. Also gut, meine lieben Cousinchen. Ich habe noch eine Sache für uns geplant. Wie wäre es mit einer Märchenstunde mit Kuschelkatze im Schlafzimmer? Wow. Das wäre super. Cousinen, ab ins Schlafzimmer. Cupcake-Cousinen, die wollen Spaß. Viele Gags und leckere Snacks im Sonnenschein. Deshalb wird alle Strasse lecker sein. Die Cousinen-Zeit. Woo! eines Moodles. Und zwar mit Kuschelkatze.